Oh so, so YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir machen wieder eine 18k Pinpointing-Runde, bedeutet, wir werden irgendwo auf Google Maps abgesetzt. Und ja, wir müssen genau herausfinden, wo wir sind, beziehungsweise ich will genau herausfinden, wo wir sind. Dafür nehmen wir unser Standard-Preset, drei Runden, unendlich viel Zeit. Also, ich breche nur ab, wenn die Runde wirklich gleich die erste irgendwie fünf Stunden dauert, man nicht vor- und zurückfahren kann und solche Geschichten. Aber ansonsten versuchen wir, egal wie lange es dauert, das herauszufinden. Und ich würde sagen, let's go rein in die Runde. Und wir starten in Runde 1. Malta, okay, easy. Ähm, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Könnte also die nördliche Insel sein. Ja, kommt auf jeden Fall in die Richtung hin, würde ich sagen, nicht wahr? Oh, was haben wir da? Oha! Okay, einfach ein Tempel. Okay, hier war ich wirklich noch nicht. Und hier müssten wir Wasser sehen irgendwo gleich schon. Eigentlich sieht man von überall Wasser. Ja, da ist Wasser. Okay. Nordöstliches Wasser. Ja. Und, oh, die Karte sieht anders aus ein bisschen. Das ist die neue, nicht? Ist mir, glaube ich, beim letzten Mal noch gar nicht so krass aufgefallen. Okay, da ist auf jeden Fall eine Stadt im Nordosten. Das könnte Melia sein. Dann könnten wir hier sein. Wir sind auf jeden Fall auf dem Hügel. Ich würde fast sagen, hier. Und sowas. Da geht auch eine Stadt hoch. Gali-Lima. Okay. Wir könnten wirklich... Vielleicht auch hier. Und wir sehen das. Gahugur. Ich würde sagen, ich stelle mich mal dahin. Wir wissen ja nicht, was in die Richtung ist, oder? Doch, in die Richtung ist gar nichts. In Südwesten. Da wäre Stadt blöd, nicht? Hier ist nämlich alles sehr urban. Lennenrön. Okay, wir finden mal davon heraus, wie der Straßenname ist. I-Sep-Buck. Oh, super Qualität heute von der Kamera. Wieder die sogenannte Kartoffelkamera. Se-Buck. So weit drin. Boah. Okay. Und I-Sep-Buck. Heißt ja Straße nach Se-Buck oder sowas. Ähm. Das heißt, könnte eine von denen hier sein. Das ist die Linde. Okay, aber auf jeden Fall... Gut, die Straße kann auch überall so heißen, nicht? Bei uns heißt es auch eine Straße Berliner Straße, weil sie im 18. Jahrhundert nach Berlin führt, obwohl Berlin 800 Kilometer weg ist. Nicht wahr? Also von daher ist das ja gar keine Garantie. Aber gibt uns zumindest erstmal einen groben Anhaltspunkt. Also doch südlich Insel. So, und wir sind zwischen Viktoria und Graschi. Das könnte Graschi falsch geschrieben sein, aber ich glaube, das gab es wirklich nicht. Graschi... Malte, das ist doch vielseitiger, als man denkt. Was mich halt nur wundert, dass wir im Nordosten das Wasser sehen und das so dicht immer aussieht. Ähm. Und am Ende ist es gar nicht so dicht. Tarpinu und Se-Buck ist nördlich. Also sind wir... Wie können wir denn südlich davon sein, aber das Wasser sehen? Da würden wir hier komplett über die Stadt gucken. Das ist so krank. Okay, und Ilsebuk... Sehen wir die hier? Ilseurik. Hier ist das Ding Se-Buck. Ich meine, die haben nicht so viel große Straßen, aber dann ist unsere nicht so eine große. Schöner Mist. Auch das gelbe Schild eben würde nicht viel weiterhelfen, nicht? Wenn ich nicht weiß, wo die anderen liegen, das sieht hier doch sehr nach dem internationalen Bereich aus, oder? Ist das nicht hier so ein international Dings? Okay. Es liegt nicht nördlich, wir fahren direkt rein. Okay. Also sieh, wir sind jetzt hier. Aber... Hm. Unsere Straße hat ja einen Bogen gemacht. Vielleicht hier. Busquette. Summer starts now. Und ich meine, guck mal, das Wasser sieht aus, als ob es direkt da ist. Wenn wir wirklich hier wären, das kann doch gar nicht sein, oder? Das ist auch super weird. Aber Isebuck. So, wie heißt denn das Ding? Das muss doch hier irgend so eine Hotelgemeinschaft sein mit den ganzen Flaggen. Das muss doch irgendeine Bezeichnung haben oder irgendwas. Äh. Oh. Schöne Statue. Slam Galik. Maria. Maria, Maria, Maria. She got to see her. Hairdreams. Was sind denn die Straßennamen? Normalerweise sind die hier doch überall an der Seite dran. Aber hier irgendwie nicht. Das ist immer super blöd. Da ist wieder eine Bushaltestelle. Da ist ein Name. Da können wir uns an dem orientieren. Trig Trannisi Vella. Ich gucke mal, ob ich hier sowas sehe. Aber Trannisi Vella sehe ich jetzt nicht. Ich meine, das kann auch noch zu Seeburg zählen. Hier hinten irgendwas. Weil das sind nur einzelne Straßen. Ja, in Dings waren wir schon öfter. In Rabatt. Das müsste ich eigentlich erkennen. Oder wir sind hier hier irgendwie so rein. Das macht auch keinen Sinn, oder? Oder es gibt ein zweites The Book. Das ist auch oft der Fall. Die haben da ist nämlich Grab und Graschi. Und da ist ein zweites Seebook. Ich hab's doch gesagt. Es ist Malta. Seebook. Seebook. S-Z-E-B-B-U-G Z-E-B-B-U-G Genau gleich geschrieben. Einmal auf der Süd- und Nordinsel. Das war schon bei Mga so. Hier ist mich das kleine Mga und hier unten ist irgendwo das große Mga oder so. Und dann sucht man sich zu Tode und denkt so Warum beim Mga hier Mga? Warum finde ich denn hier die Straße nicht? Ja, weil die Straße hier bei diesem Mga ist. Okay. Das heißt, wir sind in dieses Seebook gefahren. Hier passen die Straßen auch viel besser. Okay. Das erklärt auch, warum das Wasser viel dichter ist. Auch gelöst. Das sind doch schon mal wichtige, wichtige Dinge, die wir sonst übersehen hätten, nicht wahr? Mann, 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 sag ich euch. Was ein Quakerinos, nicht wahr? Okay. Dann können wir eigentlich zurück, oder? Transicbela, sehen wir die noch? Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich das jetzt abschecke. Und da ist auch Victoria. Gut, wenn man weiß, wo Victoria liegt nicht, dann sieht man es auch. was ich ein bisschen, wir müssen ja denn hier gerade sein irgendwo. Irgendwas mit Vela, Mihel, Karubati, Zaki, 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 Goma, Ponta, Pinta, Minta, und hier nach rechts bin ich nicht abgedriftet außersehen. Wenn wir ja hier hinten, also wir sind hier reingefahren und hier sind doch ziemlich viele Straßen. Das ist doch nicht nur eine Parallelstraße. Obwohl, das könnte wirklich die Kleine hier sein, die keinen Namen hat. Dass das hier nach links und rechts weg geht. Hairdreams, sehen wir die. Nee. Warte, ich glaube, da war ein Straßenname. Nee. War nur ein Name, wer hier wohnt. www.bandasanta.marija. Aber sowas von. Okay, ich würde sagen, das hier ist die Einfahrt in das Ding. Das ist hier. Dann waren wir eben hier. Die habe ich aber gar nicht gesehen, die Straßen hier. Ja. Sind das die Straßen hier, die beiden noch? Zählen die noch dazu? Nee, oder? Nee, weil wir die Kirche gucken wir uns noch an. Und danach gehen wir zum Start und gucken mal kurz in die andere Richtung. Wow. Okay. Auf jeden Fall nicht so dreckig wie europäische Sachen. Hier sogar mit Kanonen. Ja, das ist doch mal was. Okay, ja, da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man sich das gerne anguckt. Okay, back to start. Und wir sind nach Norden gefahren. An einer Dreieckskreuzung und ich glaube, wir sind hoch gefahren, oder? Sind wir unten lang? Oh, ich glaube, ich bin, ich weiß nicht mehr, wie ich gefahren bin. Oh, das ist ein Problem. Okay, ich bin aber unten lang, oder? Da ist die Kirche. Okay, wir sind irgendwo hier unten lang. Wir sind da hinten lang, oder? An den Dingern vorbei. Das heißt, wir wären dann irgendwo hier. Vielleicht sind wir auch von hier reingefahren. Das würde nämlich Sinn machen, wenn hier die Kirche war. dann sind wir hier an den Sachen vorbei, aber da fehlt die Straße nach da rein. Aha. Okay, finden wir irgendwo den Straßennamen hier. Wenn man ganz viel Glück hat, steht er irgendwo dran. An so einem kleinen Schild, an der Hauswand meistens. Ich mein, ist so schön, Aber durch diese Steinmauern erkennt man immer sofort, dass man auf Malta ist. Aber dann auf Malta genau herauszufinden, wo man ist, ist dann schon schwierig. Neuich hatten wir auch eine Stelle, da war ein Park, den gab's halt nicht mehr. Das war dann auch ein bisschen blöd. die Stadt, zumindest in der Stadt verändert sich halt relativ viel noch. Okay, aber wir können irgendwo trennt sich unser Startpunkt ja direkt auf. Wir haben da einmal Nord-Süd und die Straßen verlaufen eigentlich parallel. Ja, und jetzt können wir hier aber nicht weiter, doch. Okay, die verlaufen parallel, aber hier bin ich doch vorher nicht lang gefahren, wie bin ich denn gefahren? Verdammt! Bin ich hier hoch? Habt ihr einen Straßennamen? Wir haben auch nichts. Okay, wir gehen mal in die südwestliche Richtung. Wo führt uns das hin? Südwestlich sind wir gefahren, kann das sein? Aber wie sind wir denn nach Norden in Emgar reingefahren? Oder sind wir die ganze Zeit südwestlich gefahren? Ja, Hier, warte mal, das ist der Punkt, wo es umgeschwenkt hat. Warte mal, dann ist das der Punkt, kann das sein? Kommen wir wirklich irgendwo von hier? Dann ist das der Punkt, wo sich die Straßen aufteilen? Und dann stehen wir hier. Könnte aber genauso gut hier sein. Okay, schwierig, schwierig. Und hier teilen die Straßen sich im Südwesten auch zweifach. Okay, wir fahren also die ganze Zeit südwestlich. Und da würden wir aber in eine Stadt kommen. Und hier, da würden wir rauf fahren, aber hier teilen die sich. Aber das könnte eine Hauseinfahrt sein. Okay. Da geht kein Pfeil lang, denn das ist eine Hauseinfahrt. Okay, die Straße teilt sich also nicht. Jetzt fahren wir nach Norden. Wie? Ich fahre doch die ganze Zeit südwestlich. Auf einmal fahre ich Norden. Wann passiert das? Das habe ich nicht mitbekommen. Kann es sein, dass der Kompass sich hier an der Straße ändert? Wir kamen aus der Straße und dann springen wir hier rüber irgendwie. Dann sind wir im Nordosten? Nee. Wir fahren so. Ich kapier's nicht. Nochmal zurück. Unser Startpunkt ist auch recht markant, nicht? Also wir haben eine Straße Richtung Osten, eine Straße Richtung Süden und gegenüber teilt sich die Straße in zwei Straßen. Die geht nach Osten, die geht nach Süden. Ich würde es fast riskieren. Gehen hier zwei Straßen auch lang? Nee, oder? Das ist auch nur Sand. Wir gehen auf volle Punktzahl. Das ist hart. Okay, was erwarten wir denn, wenn wir nach Süden gehen? Erstmal nix und dann irgendwann eine Straße, aber die nach Süden nach Osten abgeht. Also hier Ey, was ist denn jetzt los? Warum dreht er mich die ganze Zeit? So, dann mache ich es halt mit W, wenn er mich die ganze Zeit dreht. Hier muss noch eine Straße irgendwo reingehen. Jetzt fahren wir das in Einzelschritten. Okay, jetzt dreht er mich nicht mehr. Strecke ist auch relativ lang. Das ist aber eher eine Straße nach Norden. Ich meine, wir könnten auch hier sein. Das hätte hätte ich die übersehen. Ich glaube, wir stehen schon richtig. Das kann doch auch nicht die Straße sein. Das ist immer das Problem. Was ist wirklich Straße? Das ist eine Straße. Die würde direkt nach Osten und dann nach Dings gehen. Geht nach Osten und dann nach Da. Das ist genau das. Was erwarten wir als nächstes? Ein Knick nach Westen. Okay. Wir erwarten einen harten Knick Richtung Westen. Da ist er. Und dieser Knick nach Westen führt aber direkt auf eine Verteilung. Das hier ist irgendwie eins. So. Und jetzt genau. Ich fahre nämlich nach Südwesten und drehe mich hier da auf die Kirche sind wir zugefahren und da hat er mich umgedreht eben. Das war das Problem. Okay. Das macht er nämlich ganz gerne. Und dann kommen wir an eine große Straße im Westen. Okay. Dann sind hier die Straßen nicht eingezeichnet oder sind die und jetzt kommen wir hier rauf. Und die Straße macht hier so einen Bogen bei uns. Und wenn wir dann herausfinden die Straße hat keinen Namen Okay. Wir fahren in die erste Straße links rein und hat ihren Namen Ich sehe keinen Steht nur Victoria dran Was blöd Es könnte oder ist das der Cemetery Das der Cemetery hier erst nicht Das ist der Friedhof Wenn das der Friedhof ist dann stimmt irgendwas mit der Ecke hier nicht Die ist nicht richtig abgebildet So dann sind wir nämlich hier drin und dann ist das Problem dass es diese Straßen hier nicht gibt Das macht mich stutzig aber dann stehen wir an der richtigen Stelle 4 82 Okay Hier ist irgendwas nicht korrekt eingezeichnet Weil ich hätte durchaus in die eine Straße reinfahren können die es hier nicht gab irgendwie Aber gut Wir wären sogar fast am Wasser gewesen Die Kirche hier Ah da Knisha Tazebuk Da waren wir Dachte wir sind bis hier hinten fast reingefahren aber gut Komisch dass Asunta hieß anders auf dem Schild Das Straßenschild war auch schlecht zu lesen Vielleicht war es ein altes Aber egal damit geht es in Runde 2 Noch haben wir keine 18.000 Punkte Ich brauche einen großen Schluck Ich sag Prost Wenn wir Glück haben ist es Marokko Wenn wir Pech haben ist es Malaysia Und ich gucke in die Sonne Die ist Norden also sind wir im Süden Gut aber hier steht wenigstens einige Sachen auf Englisch so ein bisschen dran Wir sind also eher in so einer semi touristischen Gegend mit Einkaufsläden Eventuell steht sogar eine Adresse dran wenn wir viel Glück haben Wenn wir die Stelle finden dann ist sie leicht zu identifizieren Könnte auch Thailand noch sein Ist das Thailand Das ist thailändisch nicht Aber wenn das Thailand ist dann ist noch krasser weil dann muss es eine richtig touristische Ecke sein Ich glaube sowas habe ich in Thailand sonst noch nie gehabt so viel Läden in einer Straße Das kenne ich eigentlich nur von Malaysia Nicht mal Indonesien habe ich sowas gesehen Aber wir sind halt auch meistens auf irgendeinem Kartoffelacker oder Reisfeld und starten selten in einer City City ist insofern leicht wenn man herausfindet wie die Straße heißt Aber ich würde sagen Bangkok ist doch ein eindeutiges Kennzeichen dass es denn doch eher Thailand ist und Bangkok liegt südlich also sind wir nördlich da ist Nangkung Nayok wir brauchen aber Nangkung Patom da ist Savam und was liegt noch westlich Norden Ostens Süden westlich Kashi Kashi Shamburi da ist Kashi Shamburi da ist Nakan Patom und die liegen beide westlich wie kann denn aber Bangkok südlich liegen wahrscheinlich hier sind wir dann hier an der Ecke südlich Dings also kommen wir irgendwo hier rauf vielleicht ja wir fahren mal bis zur Kreuzung Dings dann wissen wir erstmal wie die Ecke heißt und hier sind Tankstellen die sind auch sehr gut und da waren sogar Schilder lass mich zurück nein lass mich zurück da war ein Schild da irgendwo stand die Straßennummer gerade hab es doch gelesen da die 3531 das ist echt ein Seltenheitsfall Ecke 321 so das ist wieder die Frage sind die eingezeichnet oder nicht oder wie sind sie eingezeichnet 5000 1000 das ist die Autobahn die 321 3024 so ich glaube die 321 ist nur da ab hier ab hier dann können wir eigentlich nur hier sein an der Auffahrt aber hier ist die 3524 nicht die 31 und hier wäre schon wo ist das das ist schon ein paar Tom da fahren wir erst hin also das kann es ja eigentlich nicht sein 3415 3098 338 aber wenn da wenn hier 321 ist wo hier 321 die geht hier weiter das wird auch erklären warum Bangkok nach Süden was haben wir hier 3011 und das erklärt auch warum es nicht ganz so dicht bevölkert ist 1297 2018 346 man 3040 ich glaube das ist die falsche Richtung oder? das fühlt sich nicht richtig an gut ich bin schon mal froh Thailand ist sonst so ein Karat dass man zwei Stunden hier ist 3221 3020 3260 oh man wie lang ist denn das Ding? ach du kriegst die Motten 3358 ist hier 3400 ist da wenn die hier wirklich die ganze Zeit weiter geht irgendwo ja die geht hier weiter 3300 oh man das hätte ja so gut klappen können wir hätten nur die 3500 gebraucht oh ich gehe in den Spannungsmodus das kann länger dauern meine Damen und Herren die Rücksitze werden zurückgeklappt machen sie sich's bequem wir sind in Thailand das kann eine Weile dauern so wo geht die 321 weiter? hier und dann nach da und hier verschwindet die nach dort mit wem überlagerst du dich? ah es kann auch sein dass irgendeine kleine die große Nummer hat nicht? oh nee ach so ein Rotz hier ist auch die 321 nicht? dann gehen wir nochmal von hier aus hier ist die 3524 so wo geht die 321 ab hier hin? die geht nach links rauf und dann endet sie aber so da geht sie nicht mehr weiter das heißt die geht auch nicht südlich wie ich vielleicht dachte so dass wir hier unten die nicht nochmal haben oder? 275 na ok aber das liegt westlich je weiter wir nach da gehen desto weniger westlich kann ja das liegen das würde ja gar keinen Sinn machen wir gucken mal Masri Morgs Road ähm wie heißt die Road hier? Fontage Road und du heißt? Maihi Ham Road ok Schri Morg haben wir hier ein Schri Morg? mhm sehe ich zumindest nicht wir checken mal so die die größeren Straßen von der 321 dann 5048 haben wir hier noch nicht dass die auch eine Doppelbezeichnung haben wo waren denn die anderen? wir hatten doch so viel große Straßen vorhin da steht schon was dran 3297 wir brauchen hier 3500 das war ziemlich eindeutig vielleicht geht's aber auch hier erst auf die 321 rauf vielleicht ist das die 321 hier wartet obwohl ich mich jetzt verrenne die haben doch hier immer diese kleinen Steinchen am Rand ja nur in den Orten weniger nicht ja aha ja das denke ich mir auch oft das Problem ist ich kann die Geschäftsnamen nicht lesen Srin Sintorn College ok wenn wir davon ausgehen dass wir hier sind dann müsste Sintorn ja irgendwie hier sein hier ist alles Nacong Parfum ja vieles wird halt auch nicht in unserer Sprache angezeigt und das Problem ist hier die ganzen Watt irgendwas überlagern die Städtenamen noch zusätzlich was ungünstig ist hier wird 3531 ist es die war das die 3531 wir fahren zurück ich weiß es nicht mehr mein kurzer Gedächtnis ist wie das einer Fliege war ich hier schon oh da schlägt einer nach mir ich flieg nochmal hin äh von der Seite von der Seite stand auch nix dran weiter äh 3531 hier ist sie hier oben sind wir an der letzten Ecke von der 321 boah ok weil die hört hier auf wirklich ich hab hier aufgehört nicht vorhin weil ich dachte na hier kann ja nix mehr kommen aber es ist wie es ist da gibt's doch noch was Mann 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 ok ähm so das heißt wir stehen jetzt an der Ecke wenn wir jetzt zurückgehen wir sind nicht so weit weg von dem Ganzen gewesen nicht da vorne sehen wir das bedeutet wir stehen da wo Wasser im Norden ist und das ist Richtung Westen gewesen das bedeutet wir würden hier stehen aber südlich von uns ja doch da ist auch Wasser und daneben ist so ein Tempel im Süden das hier könnte nicht das sein oder da müssten Straßen sein aber hier sind Straßen macht die Straße auf der Südseite im Osten Südseite im Osten ja so ein Schlenker die sieht riesig aus das soll die 3260 sein never ever never also die bei der glaube ich aber bei der da drüben ok wenn hier so eine Markierung am Rand ist und das ist die 3260 dann glaube ich alles aber dann haben wir die exakte Position ermittelt also gebt mir euren doofen Marker in Ortschaften haben sie den halt nicht und da kommen wir aber auf eine andere richtig große auch nochmal das heißt wir fahren nach Süden auf der östlichen nach Süden ja so weit sind wir never ever gefahren wir müssen auf irgendwas anderem stehen wahrscheinlich ist das Gewässer was wir haben nicht eingezeichnet ich würde eher sagen wir sind hier oder sowas und hier ist Wasser irgendwo dazwischen aber selbst dann kommen wir auf keine große Straße rauf oder stehen wir sieht eher aus wie das hier ja guck hier ist dieser Knick und die führt auf diese große aber warte mal wie kann denn unsere Straße Richtung Osten nee die liegt Richtung Westen wo wir hingefahren sind oder okay jetzt muss ich nochmal wenn die jetzt Richtung ja die liegt Richtung Westen also ich fahre nach Westen und Norden ja ich fahre nach Westen wir liegen östlich aber unsere Straße liegt westlich ja wir stehen hier so und dann stehen wir hier auf der Ostseite und da ist auch die City War und City Gate die Alten ah okay das macht Sinn okay ja dann weiß ich nur nicht wo genau wir stehen das ist schwierig wenn ich nach Norden gucke dann stehen wir leicht neben der kleinen Straße wird uns hier so hinsetzen okay ist wirklich akkurat eingezeichnet der Punkt 9 Meter aber damit haben wir Thailand besiegt sehr schön und damit geht's weiter nach Runde 3 läuft doch eigentlich ganz gut oh ja das ist auch easy Iceland oder na wohl wir sind auf jeden Fall irgendwo in 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 dieser Ecke hier würde ich sagen vielleicht sogar in dieser Ecke hier so ne so so würde ich mal Bakus Sander Wegur der Sander Wegur sagt mir aber was ähm es müsste eigentlich verröhr sein oder mit Sander Wegur Sander Wegur ja ähm gut aber die Straße heißt Sander Wegur nicht die kann ja in einem anderen Dorf sein äh und dann fahren wir raus obwohl hier würde ich auch gerne mal wieder ein bisschen länger lang fahren nicht so ein bisschen am Fjord entlang mir alles angucken ist das die Stadt mit dem Sportplatz am Hang auch ne das ist nicht es gibt eine die hat an so einem Hang einen Fußballplatz und die Sitze sind quasi in den Hang gemeißigt gewesen das war auch gar nicht schlecht die ist auch größer die hat einen Fjord und einen Vulkan Richtung Osten hier die vielleicht Backe Vigur die kleine Fliege irgendwann kriege ich sie die den Sander Vigur sehe ich trotzdem nicht da so so war Sigur genau dann würde ich sagen sind wir hier oder da müsste in die Richtung Flughafen liegen Richtung Osten in die Richtung ne hä warte mal Nord Ost ok der Fjord liegt Richtung Osten also ich mit Osten und Westen habe ich es heute nicht das kannst du mir dreimal erzählen so da müsste in die Richtung im Westen Nordwesten ist nix wir können mal gucken und hier der Felsen und der wäre Richtung Westen ne Westen ist gar nix ne ok wir fahren mal aus der Stadt irgendwie raus irgendwo muss ja ein Schild sein wie die Stadt heißt dann haben wir es so viele haben die ja nun auch nicht da haben wir doch was NES und wenn wir NES finden finden wir den Rest die 35 hier ist NES und die 34 ich sehe gar nicht wo die 35 lang geht das ist die 600 das ist die 15 hä war da nicht gerade 35 oder war es die 15 die ich als eine 35 wieder erkannt habe warum die 600 habe ich nicht gesehen ok weiter gucken 70 ich meine die müssen ja da nebeneinander liegen hier ist 40 ich meine da ist NES und die 35 führt nach Südost nach NES 62 sehe ich 10 sehe ich 594 sehen war da haben die Straßen hier auch so eine Doppel Bezeichnung ah die 15 ist gleichzeitig auch die 10 alles klar ich liebe es wenn das so ist was ist die 69 nur eine Stellung gut haben wir das auch geklärt dann bist du hier die 35 oder nö du bist nur irgendwie der Euro Tunnel und du was bist du auch nur 15 und 10 du bist 2 Kilometer weg so 2 Kilometer das sind hier das sind 2 Kilometer wir können nur in dem Umkreis sein so können wir eigentlich nur in eigentlich können wir nirgendwo sein wenn das hier ein Tunnel ist dann können wir eigentlich nur hier sein aber dann hätten wir mehr Wasser doch oh das ist okay das hilft mir gar nicht weiter gerade und wir kommen hier nicht weiter kommen nur zur Kirche und wieder rum ne ah shit das die das könnte die ausfahrt aus dem dorf sein jetzt haben wir doch ein bisschen mehr von dem ort gesehen und da kommen wir raus troll fahr figur und wir fahren nach hv bla hv bla okay hv bla beines hv tanis sehe ich runa weg liva strengur lambi dachte der moderiert äh noisy scop boot nicht dass es noch ein zweites nest gibt und nicht dass die 40 dann auch noch eine 35 ist oder sowas nee warum kann ich denn da nicht hin fahren wahrscheinlich war zu der Zeit wo die da waren eine umfahrung da ist auch eine karte was sieht denn das aus ich weiß nicht was da wasser und land und weiß was das sein soll haflik sehe ich noch weiber da okay wir fahren mal hier raus da das auch nochmal das schild hier steht nur wir fahren in ein dorf rein ja klasse ok ok und der fjord liegt richtung osten und da ist nix dann haben wir ein kleines dorf auf der einen seite und ein größeres auf der anderen und da ist auch schon wieder wasser ok also liegen wir auf einer kleinen land zunge und eigentlich zwei kilometer davon weg ich hätte gesagt wir sind hier irgendwo aber hier sind keine dörfer und von der topologie passt das halt auch oft nicht oder gibt es vielleicht und das ist kompletter Mist auch hier noch ein Ness könnte ja auch noch sein aber die 35 wäre hier bei Sailforce das hätte anders drangestanden nicht das kennt man eigentlich da ist auch ein Berg der Helga heißt Helga das rip also von den namen hätte ich gesagt passte das schon ganz gut bis auf die dieses dorf wo wir drin sind wir können auch versuchen in die andere Richtung raus fahren ich glaube so viel Straßen und Co gibt es gar nicht manchmal hilft das wenn man Tunnel findet oder so ist da eine Bahnschiene ok Bahnschiene wäre richtig stark aber dann könnten wir ich glaube nicht dass Faroe eine Bahnschiene hätte was ist das einfach nur Strom im Doppelding ok aber ganz wichtig eine sehr schöne Bank also wirklich die haben eins der schönsten Aussichten und Länder und wo machen sie die Bank hin die gucken sich ihren schönen Strommast an oh komm Schatz wir haben lange nicht mehr unseren Strommast angeguckt ist der hübsch warum nicht zum Wasser Menschen ok aber ich weiß nicht hier müssen wir jetzt kilometerweit fahren bis irgendwas kommt nicht das lohnt nicht wir müssen hier nochmal anfangen wir wissen ja sogar die Straßennamen da nicht Sanda Vigur Bakus Gänse haben sie auch Nils Holgersson ist da sehr gut vielleicht steht was bei der Fähre dran die sollen ja eine Fähre hier haben oh vielleicht das Nest über die Fähre zwei Kilometer weg dann kann das natürlich überall sein zwei Kilometer über dem Wasser ist hier nochmal was anderes ist nicht da komme ich an jedes Popeldorf in der Insel Ecke ran kommen aber nicht runter oder oder vielleicht steht auf der Seite wenn wir rausfahren nochmal das besser lesbar dran oder so hier können wir runter gut aber da wird nichts dran stehen das hier sind aber schon die schöneren Häuser nicht mit Stein und so sind schon ein bisschen älter glaube ich Straßennamen haben wir auf jeden Fall so hier nochmal Wagur Hvalba und Vorei so ich denke weil wir sind wirklich woanders oder grundsätzlich passen die Namen aber jetzt steht Ness nicht mehr dran Wagur seh ich den Wagur wie doi ich meine ich sehe nicht mehr die 14 geschweige denn die 34 geschweige denn die 35 und das macht mich schon super stutzig dass wir hier nicht sind und das Runerweg Seitangara das alles steht nicht drin nicht ich meine es könnte sein dass wir hier irgendwo sind aber wir sind auf einem Sander Vigur und der ist hier nicht wir sind auch nicht in Ness und Torseven Agir ich meine sind das vielleicht Stadtteile war so dicht besiedelt sah es jetzt nicht aus wie hier was nichts zu sagen hat das hier passt mir immer noch am besten diese ecke sowas hier aber hier ist halt kein Dorf die Straße ist nicht Sander Vigur und wäre auch nicht die 14 10 11 71 69 24 2010 irgendwie so da unten ist Vagur Vase Gur das würde passen fast hier ist ein Ness hier ist noch ein Ness ok und hier ist die 14 also doch ein zweites Ness boah vor allem dieses kleine Piss Ness ja das da oben wird einem natürlich sofort angezeigt und das nur wenn du da wirklich ran zoomst ins Nirgendwo so aber wo ist die 34 hier 32 da oben Tronso Valga Vagur und da ist mein Gott kann man sehen wenn man die untere Spitze wir waren sonst immer hier in der Nähe der großen Städte ich wusste gar nicht dass das da unten Abdeckung hat da ist die 34 und wo ist die 35 da die sind wir nämlich ran gefahren hier 35 34 genau hier waren wir so und wir stehen jetzt im Wasser Sander Sander hier ist er so zurück nicht tauschen wir wollten zurück back to start und hier stehen wir an Scala Vigur Scala Vigur Ecke Biver Vigur dann würde ich sagen sind wir hier 19 Meter ja gut ist alles nicht korrekt eingezeichnet aber damit haben wir es geschafft und wir haben unsere Punkte erreicht wir haben unsere 18.000 Punkte das war doch ganz gut heute nicht wahr wir waren 21 Minuten in Malta in Thailand 15 Minuten 59 die stärkste Runde heute damit hätte ich niemals gerechnet und Faröhr Inseln 17 Minuten ich würde sagen damit sehen wir uns zur nächsten Aufnahme wir waren unter einer Stunde das ist gut wir sehen uns bis zur nächsten Folge und tschüss